... und da kann man so eben die Karten der Rollstuhfahrer das so dass es halt nicht dass er ihre Karten ja, hat er keine Hilfe an ein Schauatz auf eine gute Plattierung War natürlich nur ein Scherz. Handbiker, wie viel starten dann bei den Handbikern? Weißt du das? Über 120. 188 sogar. Ich sehe, du bist fast gut vorbereitet. Fast, aber nur.